hallo und herzlich willkommen zurück zum let's play von diablo 3 nach dem versauten livestream von youtube ja muss ich halt wieder hier ein bisschen aufnehmen aber das geht man gar nicht dass im dashboard meine graf also alles angezeigt wird aber im video also bei euch nicht also tut mir leid dass das video schwarz war aber es ist die größte frechheit was sich youtube hier bieten lässt das ist wahnsinn wir haben ja viele items bekommen auch dank dem helfer er hat uns ein bisschen geholfen muss man kurz schauen wer da war titian genau letzter mitspieler er hat mich einfach ein bisschen t60 rifts mitgenommen zwei waren es glaube ich und drei normale rifts und ja lidloser wand in uralt dann noch mal ein flechtring zwei flechtring sogar ja schon nett die windrose sowieso muss einfach schauen wie ich den schaden bekomme drauf er muss ich wahrscheinlich das prozentuelle leben rausnehmen äh wir nehmen jetzt mal alles raus was wir nicht brauchen eigentlich bräuchte ich den auch nicht der hat abkriegend seinen elite schaden ist aber viel zu schwach exilien der lassen wir mal das gut ja komm weg in gorm müssen wir vielleicht in die truie rein also würfel rein tun das bräuchte ich die windmacht werde ich hier behalten und klagerlied im morgen müssen wir auch haben ja zwar ich habe gehört dass das ding seit extremst genervt wurde oder noch am nerven ist das ölkland wir müssen es ausprobieren also hier haben wir 613 661 revanche überwältigen ist das natürlich irgendwie ein bisschen besser sonst erholen wir sollten hier besser aber wenn wir interessiert es so haben wir den uran mit den aktstürmen das müssen wir alles lassen hier haben wir glaube ich noch seismische schwätern lassen wir den müssen wir ja den müssen wir verschrotten weil der ist wirklich nicht das richtige und dann nehmen wir den helm weil uran müssen wir ja nicht so viel schaden machen wir machen hauptsächlich den schaden so und der solarrahmen können wir auch jetzt müssen wir hier schauen eigentlich braucht er mit mehr vitalität schrotten wir also können wir eigentlich die triumph und so auch erwarten wir noch ein bisschen also dann können wir das mal verschrotten dann haben wir mal ein paar essenzen so jetzt gehen wir rüber machen uns noch mal ein bisschen stärker und dann machen wir weiter machen wir doch ein greater rift wenn wir noch steine haben hier mussten wir zerfleischen umenten und zwar ja zuerst mal eine rüstung ruf der uhr an plus 13 ist besser airbame ist nicht so gut ja also lassen wir das mal wir haben noch sieben dann machen wir noch das muss ich schauen gut schauen irgendwo war doch noch etwas tja wenn man es heute nicht findet ich glaube hier physische schaden werden natürlich pro nicht blitzschaden und verhüscher widerstand unbedingt nein bitte komm schon ja 17 wenigstens 17 und wir haben ja genau die seele haben wir also drei seelen haben wir noch habe ich meine diesen ring also dann haben wir hier also dann haben wir hier kredesflamme und müssen hier drauf ja halt einen sockel rauf tun man kann keinen sockel rauf tun außer bezaubern oder was ist schlechter ach komm eben weil wir so schnell sind dass wir recht gut leben bekommen ja aber er ist besser geworden oder die schaden geht halt runter eben wir können ihn gar noch nicht einsetzen wenn er keinen sockel hat also hier rein und jetzt machen wir natürlich auch action hat genug lange gedauert 16 Minuten haha also nicht level 60 sondern 36 das ist glaube ich ein neuer rekord das ist glaube ich ein neuer rekord wie wir das schaffen oh ja schaden machen wir jetzt sehr gut aber ja die seligkeit könnte ein problem werden aber soo das ist nice nur die flammenarten und so irgendwie schaden ne ok prima jetzt bin ich auch wieder heiß also ich habe 25 6 und das machen wir noch heiß und das machen wir noch heiß ah sind wir schnell Bulkatos haben wir hoffentlich auch bald und sind wir doppelt zu schnell oder so jetzt haben wir nicht mehr das ist maxo Mist das ist Wahnsinn ne ah das macht Spaß ach das macht das freut mich mega ja richtig genial ist das ist natürlich tiptop für mich noch einen warte das zwei ok na ihr süßen da kommen noch welche natürlich weiter säbeln aber vernichten mit unserem hammer ok eine achse ist es ja jetzt kann ich doch nichts säbeln auch wenn nicht so gut dann säbeln natürlich schneller aber passt doch bisschen herumsäbeln die säbeln landen machen wir auch dann müssen drei bewegungen passt doch perfekt ja diablo 3 macht mir wieder extrem viel spass da möchte ich einfach mehr parts bringen ich weiß einfach nicht wahrscheinlich habe ich nicht so viele zuschauer mehr es liegt einfach daran dass diablo 3 natürlich schon wieder zu ende ist die season nicht mehr im gang ist und so aber ich habe ein bisschen weniger zuschauer ist mir egal weil ich meine leidenschaft ausüben und wenn die videos nicht gut ankommen dann ist es mir herzlichs egal wir dürfen mich natürlich immer unterstützen egal ob ihr das Video magt oder nicht das dürfte natürlich das dürfte aha das ist nur der laser gewesen sagt ich da wäre noch eine kugel so schnell kann ich manchmal gar nicht überlegen ob ich dorthin soll oder nicht ich gehe einfach weil ich greedy bin so richtig greedy jaja ohha 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 schneller aus der wind schneller aus der wind es hat sich schon gelohnt mit dem ein bisschen mit zu gehen weil er uns schon das Angebot genommen hat den ja vielleicht werde ich nochmal weitermachen weil wir müssen unbedingt high level werden weil sonst tue ich ja auch gar nicht so viele Leute unlocken oder wenn das live stream auch endlich wieder geht dann bin ich auch wieder glücklich jaja je nachdem was OBS und YouTube so für Bock haben weil OBS ist es auch nicht so gut wie ich eigentlich es vertraut habe bevor ich natürlich OBS beendet habe tja ich glaube es sind so viele Elite Gegner hier weil das wieder eine grosse Ebene ist die grossen Ebenen haben wir viele Gegner gedoppelt oder dreifache Elite Menge so meine Damen und Herren jetzt seid ihr dann bald tot könnt ihr wohl ganz schön schlafen gehen kommt nämlich mit diesem Game nicht mehr vor ok wir würden aber alle ein bisschen vervielfältet werden so richtig vervielfältet oh naja nicht verdammt du bist du bist so ein dummes Teil der macht einfach nur so viel Schaden bei mir aber nicht weil ich sehr taktisch bin ach sogar kein Wut gehabt da habe ich nicht an die Mücke gestochen nicht mehr als ein Mückenstich so na ich muss noch ein paar Aufstufen hier haben oh wie heißt der da haben wir ab glaube ich schon oder all gute Dinge sind drei mal so sehr schön ja drei auf Stufe 15 ist klar sehr schön dann können wir noch zehnmal also Hochstufen um 25 zu erreichen dann sind sie unbesiegbar unsere Uhr an unbesiegbare Uhr an ja genau den Heap haben wir aber schon oder haben wir den noch nicht ok ok ich meine hier muss ich die Motte den haben wir ja auch irgendwo nicht ok irgendwann rein jetzt habe ich glaube ich keine Steine mehr oder was ist das denn wollt ihr sehen was ihr bekommt ähm ja natürlich kommt nichts das ist zu teuer natürlich kommt nichts das ist nicht zu teuer so sollten sie 50 machen aber nicht 75 wie viel war es ich werde nochmal schauen 75 ja also 50 müssen sie machen aber die können nicht balancieren die Blizzards es geht einfach nicht aber auch von verwechseln sind mal besser balanciert auch wenn nicht gut ähm ja jetzt müssen wir normale machen wahrscheinlich oder nein es geht sogar nicht ich mache nur 37 ob dafür aufgewertet so wer sitzt ihr digital weil äh ja wir wir sehr viel Schaden aber vor allem bei vielen Gegnern oder bei Leuten die halt recht schwere Sachen haben noch nicht bereit noch nicht bereit seht ihr den Falter drüben ja genau alle steuern also zu dir du siehst die flossen nicht die sind gut getarnt ja bei der schnelligkeit kann man das meistens immer sehen aber eben die machen ja nicht so viel Schaden mehr kick gerade die haben früher mal mega viel Schaden gemacht das weiß ich nicht die haben das aber schnell wieder genervt das geht noch nicht leider so der Haarschnitt der wird völlig gemacht alle hierher kommen unser Haarschnitt der wird jetzt gemacht alle bekommen eine Emmo-Frisur die richtig scheiße aussieht wie man sieht und ähm ja alle sind natürlich gestorben im Reserve Salon haben sich richtig aufgehangen der Windows wohl ist abgestürzt wie bei mir immer wieder und haha ja ich freue mich auf ein neues Windows dann hoffentlich ein bisschen fixer ein bisschen weniger bugfrei weil was Windows manchmal mit mehr macht das ist stimmt ich kann nicht mal alte Games mehr spielen alles inkontakt kompatibel alles mögliche und da wird noch von den Profis wird dann noch Windows natürlich in den Himmel gelobt dabei stimmt das gar nicht es gibt eigentlich die Profis gar nicht mehr also die richtigen die sich auskennen die gibt es gar nicht mehr weil sie ja alle Werbung machen müssen die werden von Windows gezwungen ein gutes Feedback abzugeben und ja kann ich auch nicht dafür für mich ist Windows 10 ein schlechtes Betriebssystem weil XP und Windows 7 viel besser waren ich brauche nicht technischen Schnickschnur das brauche ich nicht ich brauche nur direkt X12 mehr brauche ich von Windows 10 gerade natürlich Tessellation und so von NVIDIA aber das ist ja NVIDIA das geht nur auf Windows 10 ha 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 so haben wir das auch geschafft auch wenn der immer eingefroren hat ist er voll Noob die können immer nur einfrühen das ist genauso wie in ähm Counter Strike immer die Dolcher und die Sniper und die Camper immer nur einfrühen ha 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 Battlefield 1 war so richtig mir enttäuschend alle haben doch gesagt ja das Game sei mega cool und so für mich ich weiß nicht bin ich zu verwöhnt durch Rollenspiele die Echo-Sheet-Fans sind immer zu wenig äh verwöhnt hab ich so das Gefühl also die müssen mal Rollenspiel spielen dann wissen sie was Gutes aber Call of Duty Spieler die spielen nur Call of Duty dann wissen sie gar nicht dass andere Games viel besser sind das ist es wahrscheinlich aber Call of Duty spielen nur unter 12-jährigen wirklich Call of Duty ist ab 18 Jahre und es spielen 12-jährige wie dumm sind die Leute die Mütter von dem Zocker bin ich schon ein bisschen komisch ich hab das früher nicht gemacht ich hab mit 15 Jahren das erste Spiel ab 16 Jahren spielen können ich hätte es ab 16 natürlich machen sollen aber es ist sowieso zu hoch angesetzt mit 15 geht nur locker ich bin wieder gesund die deutsche Selbstkontrolle für Games und sowas wie heißt es ja ja ist nervig in der Schweiz wurde das auch wieder gelockert das geht noch nicht in Deutschland sowieso wurde ja ein bisschen gelockert die Zocker sollen halt selber entscheiden wenn sie wollen ab 16 Jahren ab 12 Jahren würde ich das mal nicht machen unter 12 Jahren aber wie die kleine ich kenn einen der ist nicht mal 10 Jahre alt und spielt Call of Duty dann hab ich wirklich gesagt ich hab ihm wirklich gedacht spinnst du eigentlich bist du nicht normal und dann hat er gesagt nein ich hole jetzt meine Mutti dann hab ich gesagt hast du eine Mutti und dann hat er so richtig ähm ja mich blöde und traurig angeschaut das war ein Sonnenarmer dann hab ich sowas von getroffen der ist wirklich fast umgefallen vor Schock der arme hat Call of Duty gespielt jetzt ist er ein Mörder ohhh nein nein so schlimm ist es so er ist ein Weicher ein richtiges Weicher damals ist es schlecht für ihn dass er Call of Duty zocken darf aber ich kann ja nicht zum äh Vater gehen und sagen ja bitte schadest du nicht dass er nicht mehr Call of Duty zockt weil die Mutter die sagt sowieso die raucht ständig die trinkt ständig die ist völlig ähm ja vergessen in sich die tun nicht mal erziehen der kleine sabbert noch wie ein Baby ist ein bisschen nachvoll schade dass Leute so vor die Hunde gehen und alles ich will ja niemanden nerven mit meinen Aussagen aber es geht doch nicht dass kleine junge Leute die nicht mal 10 Jahre sind nicht mal in der Probeität sind schon auf Duty spielen dürfen das Spiel ist eben voller kleiner Kiddies deshalb warten die Kiddies natürlich sofort da das ist alles schlecht sozusagen oder das ist ja nur locker klar ja ja jetzt sind wir wieder richtig drin in Diablo 3 können wir mal ein bisschen locker G-riften so oh ich glaube ich habe etwas schönes gesehen ja der da habe ich wieder gefunden aber wahrscheinlich nicht mehr Urat der ist sowieso für den Templar eventuell und natürlich Ingo wunderschöne Drops wunderschöne Drops ja die Uran machen sich jetzt auch schon bald viel Schaden finde ich richtig toll so jetzt zurück jetzt haben wir schon viel Leben ja boah dieses Leben schon also für Profis natürlich noch sehr gering aber für meine wenigen Parts die ich schon gemacht habe ist doch das sehr viel die zocken natürlich jeden Tag 60 Stunden ok 26 Stunden ne geht ja nicht warte 25 Stunden also dann schauen wir mal was wir da schon haben ob das besser ist Kälteschaden Wuran macht Kälteschaden ne ist der besser 410 480 580 670 780 ja ist besser so dann haben wir hier den Ingoom nochmal komm oder warte ja eigentlich brauchen wir zwei weil wir eventuell den anderen Charakter noch ein bisschen antesten ja ist Raserei Stapelbaum noch nicht ne das ist ein anderer und der hier das Stahlgatze da zu mir könnte ich eigentlich gebrauchen ja komm wieviel Schaden machst du weniger versteht das jetzt nicht hallo ist das verbuggt das muss doch eigentlich gezeigt ah das ist Zweihand ach Gottchen das ist der Zweihand das ist gar nicht heranziehen ja hab ich das verwechselt das ist ne gute Waffe ja macht auch 77% wenn ihr schon shit Level Up also jetzt sind wir 241 ja 2 Level Up 2 und dann nochmal Level Up bis dort hin also 2 3 Viertel Level Up boah richtig genial ist also dann gehen wir an die Stufe höher und machen die Uranen äh die Überboss ja Uranen gibt es glaub ich in diesem Spiel gar nicht zu besiegen oh ja also eine Stufe höher müssen wir gut jetzt muss ich dann noch mal schauen wie fort steht leider habe ich noch 7 Minuten Zeit dann machen wir noch einen Boss nehm wir einfach eine der Maschinen raus also kurz schauen aha wir haben es doch bekommen oder was ja nein aha wir müssen nur die zwei machen das reich des Kummers und Verdorbenheit wir müssen nur die zwei machen das machen wir reich des Kummers oh 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 das ist es boah diese Übersicht ich hasse diese Karte die ist so schlecht gemacht kann ich doch nicht haben kann ich doch nicht haben eine Karte so schlecht gemacht wie ich so machen wir da den Boss nochmal ja das sind die zwei ersten deshalb ich habe einfach einen gemacht und habe gedacht wir müssen den Schwierigkeitsgarten machen jetzt haben wir doch den Schwierigkeitsgarten in kleinem Höhe ja Padala ist natürlich wichtig das ist die Musik natürlich sehr viel Gift Schaden kann sein aha jetzt kommt er auch natürlich komm ich schaff das noch nicht bereit ja natürlich macht es mehr Schaden ja hau doch nicht ab seht ihr es geht ein bisschen langer aber das schaffen wir schon wenn die nicht zwei oder drei Schaden gleichzeitig machen dann schaffen wir das schon wenn halt nicht dann halt nicht dann gehen wir zu ihm lieber die so lazy sind die übertreibt ein bisschen langsam ne also glaub ich ihnen zuerst besiegen sie übertreibt das ist ja nicht wahr nicht bereit so jetzt müssen wir zu ihr wieder gehen ja ok wir gehen nur auf ihn momentan sonst sind wir bald tot ja seht ihr sie spammt herum wie die alte nutze von nebenan die 500 Jahre alte kleine Hexe Adria übertreibs bitte nicht so jetzt alle auf sie nur noch auf sie weil er hat immer wieder gegner ja sie beschwert ja immer wieder aber eben das nur auf sie gehen ja 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 noch nicht bereit sehr schön jetzt haben wir sie ne haha und im nächsten Part machen wir dann das nächste ne dann können wir vielleicht schon bald den auf also der andere tut nichts ok er tut gar nichts fallen lassen so ja dann haben wir das mit Bravour gemeistert war schwer aber easy für mich haha war schwer für euch aber easy für mich nein natürlich es ist schon relativ leicht gewesen weil ich Hightanker eigentlich immer wieder saufen konnte und sie natürlich nicht mich onehitten oder so war schon relativ leicht hm und im nächsten Part geht es dann weiter aber jetzt muss ich nur noch kurz die Waffen langs nehmen oh den hier gesetztes Adria sehr gut also vielen lieben Dank für's schauen bis zum nächsten Mal Tschüss